Hi, in dieser kurzen Session beschäftigen wir uns mit der Gruppenliste und mit der Spurliste. Einblenden der Gruppen- und Spurliste. Man kann die Gruppenliste und die Spurliste sowohl im Edit-Fenster als auch im Mix-Fenster ein- und ausblenden. Die Listen sind identisch. Es ist egal, wo man eine Einstellung macht. Im MIDI-Editor findet man eine abgewandelte Form der Spurliste. Diese Liste haben wir bereits kennengelernt und sie ist nicht Thema dieser Session. Die Spurliste Dieser obere Bereich ist die Spurliste. Man hat hier eine Auflistung aller Spuren. Man kann die Einträge in der Liste einfach anfassen und ziehen, um deren Reihenfolge zu vertauschen. Dementsprechend ändert sich auch die Reihenfolge der Spuren im Edit-Fenster und die Reihenfolge der Kanäle im Mix-Fenster. Man kann die Liste auch nutzen, um eine Auswahl zu treffen. Und man kann Spuren über diesen Punkt ein- und ausblenden. Ausgeblendete Spuren sind weder im Edit-Fenster noch im Mix-Fenster sichtbar. Sie werden aber ganz normal abgespielt. Hier gibt es ein kleines Menü für die Spurliste. Die Funktionen sollten sich von selbst erklären. Man kann alle Spuren anzeigen, nur ausgewählte Spuren anzeigen. Über dieses Menü kann man nur einen bestimmten Spurtyp einblenden. Man kann alle Spuren ausblenden, nur ausgewählte Spuren ausblenden, einen bestimmten Spurtyp ausblenden und man kann die Liste nach verschiedenen Kriterien sortieren. Die Gruppenliste Hier unten hat man die Gruppenliste. Man kann zwei oder mehrere Spuren gruppieren. Hierfür wählt man die Spuren einfach im Edit-Fenster oder im Mix-Fenster aus und wählt dann im Menü Spur-Gruppieren oder verwendet den Shortcut Command-G. Es öffnet sich der Dialog Gruppe erstellen. Links hat man eine Liste aller Spuren, die nicht in die Gruppe aufgenommen werden sollen, rechts eine Liste jener Spuren, die in die Gruppe aufgenommen werden sollen. Da ich vorher schon eine Auswahl getroffen habe, sind bereits die richtigen Spuren in der rechten Spalte. Man kann hier aber auch nachträglich noch Spuren hinzufügen oder entfernen. Man kann der Gruppe einen Namen und eine ID geben. An sich muss man sich um die IDs aber nicht kümmern, weil diese ohnehin automatisch vergeben werden. Wichtig ist, dass man entscheidet, ob es eine Edit-Gruppe sein soll, eine Mix-Gruppe oder eine Edit-und-Mix-Gruppe. Hier kann man noch einstellen, welche Parameter genau in die Mix-Gruppe mit einbezogen werden sollen. Aber lassen wir das erstmal beiseite. Ich mache vorerst eine Edit-Gruppe. Bei einer Edit-Gruppe werden alle Bearbeitungen immer auf alle Mitglieder der Gruppe angewandt. Das Auswahl-Treffen, das Einzeichnen von Automationsdaten, das Bewegen von Clips oder das Trimmen. Ich erstelle nun einmal eine Mix-Gruppe. Der gleiche Vorgang. Spuren auswählen. Command-G. Und dieses Mal wähle ich Mix aus. Bei einer Mix-Gruppe werden auf jeden Fall die Fader aller Gruppenmitglieder verknüpft. Was sonst noch alles zusammenhängt, kann man hier einstellen. Ich wähle nur Mute an. Im Mischpult kann man schön sehen, wie die Fader und Mute-Schalter der Gruppenmitglieder nun zusammenhängen. Man kann die Verknüpfung der Regler kurzfristig aufheben, indem man die Control-Taste hält, während man einen Regler bewegt. Wenn man im Dialog Gruppe erstellen, Edit und Mix wählt, dann sind sowohl die Mischpult-Parameter als auch die Bearbeitungen im Edit-Fenster verknüpft. In der Gruppenliste findet man eine Auflistung aller Gruppen in einer Session. Man kann die Gruppen aktivieren und deaktivieren, indem man sie anklickt. Alle grau unterlegten Gruppen sind aktiviert. Eine Gruppe ist in jeder Session vorhanden, und zwar die Gruppe Alle. In dieser Gruppe sind alle Spuren enthalten. Mit diesem Punkt kann man die Mitglieder einer Gruppe auswählen. In diesem Menü hat man einige Funktionen, welche die Gruppenliste betreffen. Neue Gruppe kennen wir bereits. Damit öffnet man den Dialog Gruppe erstellen. Hier kann man auswählen, ob in der Liste nur Edit-Gruppen, nur Mix-Gruppen oder alle Gruppen angezeigt werden sollen. Mit Alle Gruppen aufheben kann man alle Gruppen deaktivieren. Mit Gruppe ändern kann man Gruppen verändern. Man wählt einfach in diesem Menü aus, welche Gruppe bearbeitet werden soll. Klickt man einen Clip mit der rechten Maustaste an, so öffnet sich das Kontextmenü der Gruppe. Man kann hier ablesen, welche Kanäle zur Gruppe gehören und welche Attribute genau verknüpft sind. Über Ändern kann man die angeklickte Gruppe bearbeiten. Mit Duplizieren kann man die Gruppe duplizieren. Man kann die Eigenschaften des Duplikates dann austauschen. Über Löschen kann man eine Gruppe löschen. Außerdem hat man in diesem Kontextmenü Funktionen wie Spuren in Gruppe auswählen, Spuren in Gruppe ausblenden, nur Spuren in Gruppe anzeigen oder alle Spuren anzeigen. Ich denke, diese Funktionen sollten sich von selbst erklären. Gruppen können übrigens auch verschachtelt werden. Zum Beispiel könnte man eine Gruppe nur für die Toms erstellen und eine für das gesamte Schlagzeug. Wenn ein Mischpultkanal in einer Mixgruppe ist, dann scheint die Gruppe in diesem Menü auf. Man hat dann für jede Gruppe, zu der der Kanal gehört, genau das gleiche Menü, das wir eben besprochen haben. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.